so jetzt schlage ich mich wieder zurück nach hause wie viel holz haben wir immer noch acht es wird und wird nicht mehr so eine frechheit aber auch so zack zack ist das bequeme bettwäsche so schön weich und flauschig hier alles raus genommen ja hier noch ich und türen nein wir haben definitiv hier auch jetzt mal ich sehe jedenfalls nichts was ich aber sehe ist das könnte dahin und man könnte theoretisch auch das hier gleich mitnehmen so das brauchen wir nicht mehr das ist ja viel zu wenig die brauchen wir im moment noch nicht das wäre auch mal eine maßnahme so eine ganze aufnahme nur koppel 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 und zwischenzeitlich mal ein schönes gepflegtes drogelbecher so nein zu hoch so 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 nicht immer so 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 wieder ein stück zu weit so hier oben fehlt dann ja noch was das kommt dann noch alles da hauen wir uns die acht beiden hier bädchen noch schnell irgendwo hin ob die irgendwo hier überhaupt noch reichen acht stück hier quer über ich glaube nicht nichtmals ansatzweise da fehlen mit stimmt am ende so ein zwei hey ein baum der gewachsen ist freudig du bist weg baum mörder dafür habe ich sie gefrenzt ja seht ihr das findet die kuh auch mensch dann haben wir es ja doch so einigermaßen jetzt geschafft das heißt ich könnte es theoretisch wagen das dach zumindest schon mal ansatzweise verdammt da brauche ich doch wieder mir ist kür ihr wusste das und hat mir nichts gesagt ja gut drei waren es aber auch egal lehm 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 bla bla hier hinten war ja auch wirklich noch einiges muss ich mal gucken dass ich jetzt dort den leben noch hole ich fange auch schon dieses baustellen jumpen hier so richtig an wir bauen da oben auf dem berg wir sind unten in der mine irgendwo sogar gewesen dann gehe ich mal einen garten ein bisschen dran dann gehe ich mal eine zweite baustelle im garten dann kommt eine baumform dann renne ich wieder von a nach b bei b nach a und irgendwann auch mal nach z ja das ist minecraft so macht spaß und immer nur eine baustelle anfangen wirklich durchziehen es wäre doch langweilig da sind wir doch mal ehrlich ja da leh mir doch einer so einfach nur der optik halber so ein bisschen ich gewöhne mich irgendwann an dieses mausrad bei portal ging es ja auch nachdem ich einmal kurz in den tod gesprungen bin heil dir kuh komm herrsch kotlet ganz viele kleine süße kakau fäkalien 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 humor mehr sag ich da nicht so obwohl ich ja lieber so ja humor mäßig dunkel düster or very british und skurril darf sein und ja ich lehme aber jetzt ey mensch das lohnt ja richtig hoho damit kommen wir auf jeden fall schon ein stück weiter gucken wir hinten noch leben was wollte ich gerade sagen irgendwo war ich gerade ich glaube bei humor war ich dunkel düster irgendwas habe ich vergessen blub 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 na ist aber egal irgendwann wird es wieder einfallen so muh noch mehr leben zack zack so ich glaube mit leben sollten wir jetzt erstmal hinkommen die sonne geht auch wieder das ist könnte es nicht genau einer mehr sein das wäre doch jetzt so schön wenn es einfach mal aufgegangen wäre na egal entschuldigung da musste ich mal kurz husten oder etwas länger noch mehr leben oder oh na gut vielleicht haben wir glück und kriegen es jetzt doch noch auf eine durch vier teilbare zahl mal schaufeln da 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 nana 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 Jetzt ist es auch egal. Jetzt wird der Lehm da hinten hingekloppt. Und dann... Mensch. Glasscheiben oder Glasklötze? Was mache ich da als Finsterein? Ich glaube, die Glasscheiben sehen doch etwas schöner aus. Das lohnt doch wirklich schon mal mit unserem Lehm jetzt. Das ist, wenn er sich doch so ein bisschen arg ähnelt. Da wird sogar die Kuh im Garten verrückt. Hallo, Emma. Ja, mach dich von der Karte. Sonst kommst du heute Abend auf die Speisekarte. Da erkenne ich nichts. Da bin ich Fleischfresser. So. Sieht doch soweit schon mal ganz passabel aus. Den ganzen Boden müssen wir hier noch rausreißen. Hey, das bringt wieder Erde. Fenster rein. Das noch. Ui, ei, ei, ei. So. Und jetzt müsste man sich dann schon mal als nächstes den Gedanken machen, das wird ein großes Dach. Ich brauche Steinstufen. Für Außenumrendung. Steinstufen, also Cobblestone-Stufen, Cobblestone selbst, dann Holzbalken hier oben und ganz viel Erde. Wir haben ja noch einiges. Machen wir schon mal ein paar Glasscheiben oder gucken, ob wir noch welche haben. Nehmen die dann schon mit hoch. Was haben wir hier eigentlich? Ich wollte gerade sagen, oh, guck mal, wie viel Holz. Ja, es ist ja nur eins. Aber die Zäune könnte ich mal rüberbringen. Zäune? Ich hatte auch noch Zäune. Ah, Zäune. Ja, so ein gewisses System muss hier, glaube ich, auch noch rein in die Kisten. Oder zumindest Beschilderung. Das brauche ich nicht mit mir rumschleppen. Die Oak. Wird Planksbrühe nicht. So würde es im Übrigen dann auch in meinem Texturenberg aussehen. Das Dschungelholz, schöne Rot. Das Birke, äh, ja, Birke, schön hell. Das Eichenholz. Sieht auch halt eine reiche aus. Schade, dass ich jetzt halt das Nadelholz noch nicht dabei habe. Naja, komm, brauche ich ihn eh noch. Den Sand kann ich wegwerfen. Oder ich werfe den Sand dann erst mal wieder in den Ofen. Da kommen wir auf unseren Ziel, den Level 30 immer näher. Mache ich vielleicht doch bald mal Bücherregale. Ich habe mir noch gar keine Gedanken gemacht, wo ich hier einen Enchanting-Raum hinbauen soll. Ähm. 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 Oh Gott, du Lump. Wahrscheinlich mache ich den Enchanting-Raum dann hier so rein. Komplett mit Cobblestone-Wänden. Äh. Wo wir Cobblestone sind. Jetzt brauche ich dann doch erst mal. Ich habe ja halt. Wir haben sogar noch Treppchen. Das ist gut. Die nehmen wir dann also gleich mit. Die werden aber nicht reichen. Zack. So, das sollte erst mal einigermaßen reichen. Ah, den Lehm. Keine Ahnung. Erst mal in die Gerümpelkiste. Oh, wir kriegen sie auch noch ein. Sand ist erst mal ein Interessant. Den brauche ich jetzt gerade nicht. Ach, ja. Da hinten an die Baum fahren wollte ich auch noch weitermachen. Eigentlich. Aber ich werde jetzt mal wirklich erst mal ans Dach gehen. Das heißt, das könnte ich schon mal mitnehmen. Das könnte ich mitnehmen. Den werde ich auf dem Dach eher nicht brauchen. Ja, das sieht doch schon gut aus. Wahrscheinlich werden sich jetzt schon einige fragen. Hä, was will der mit Saat auf dem Dach? Tja, meine Freunde. Gleich werdet ihr es sehen. Jo, Emma. Sag sie wieder die Wahrheit. Das ist eine Überlegung. Wo gehen wir am besten hoch? Zack. Jo. Das heißt, das wäre dann die Reihe. Das heißt dann, hier kämen da ja die hin. Muss ich mal gucken, ob das so auch passt. Oder stimmt, was ich mir gerade überlege. immer, komm raus. Ja, los. Raus mit dir. Raus aus meinem Haus. Ich habe Fenster vergessen. Na gut. Die Tür fehlt mir auch noch. Ich mit dir. Ja. 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 Ja.